Ja, ich habe schon lange keine Kanal-Empfehlungen gemacht und mir ist gerade eingefallen, passend zu diesem religiösen Thema, habe ich ein wunderschönes Gegenstück, einen sehr, sehr informativen Kanal von einer Amerikanerin, ja sie spricht natürlich in Englisch ohne Übersetzung und es gibt auch keine Einstellung, dass man das mit Untertiteln irgendwie da aufmachen kann, aber egal, die Bilder sprechen für sich und ja, sie hat sehr, sehr beeindruckende Videos auf ihrem Kanal und diese Videos möchte ich auch ganz besonders unseren bibelfesten lieben Mitmenschen ans Herz legen, ja, auch wenn es schwer fällt, aber wir sind nicht die einzige Schöpfung im Universum Ja, weit über unseren Köpfen spielen sich ganz spannende Dinge ab. Ich werde den Link des zu empfehlenden Kanals hier drunter setzen und ich wünsche allen viel Spaß beim Aufwachen.